Musik Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal auf dem Procurement Summit unsere Lösung vorstellen können, die so ein bisschen in eine andere Richtung geht, als vielleicht das, was Sie bisher gehört haben von den anderen Anbietern. Wie der Herr Sacks schon gesagt hat, wir sind die kollaborative Cashflow-Optimierung, Marktplatz für kollaborative Cashflow-Optimierung und es geht dabei darum, dass finanzielle Synergien geschöpft werden. Also während man immer jetzt über physikalische Lieferketten spricht, hier geht es um die finanzielle Lieferkette. Ich bin Managing Director für DACH und wollte jetzt mit ein paar Folien mal vorbereiten, was Sie dann in der Demo sehen, damit Sie so einen kleinen Einblick kriegen und gerne dann im Nachgang natürlich mit Fragen oder direkt sich an mich wenden. C2FO ist mit einer Mission gestartet oder einer Vision, aber unsere Mission ist halt einfach, einfach einen einfachen und flexiblen Zugang zu Liquidität für alle Unternehmen weltweit zu realisieren und dort insbesondere auch für KMUs und auch insbesondere außerhalb Zentraleuropa. Und ein deutsches Unternehmen ist natürlich, was Liquidität angeht und das ist auch hier ein bisschen repräsentiert, eher zu viel Liquidität als zu wenig oder zu einfachen Zugang zur Liquidität als zu schweren, natürlich prädestiniert dafür mitzumachen. Wir sind keine Startup-Firma, das heißt, wir sind seit zehn Jahren bereits im Business und haben tatsächlich schon sensationelle Zahlen erreicht auf dem Weg zu dieser Mission. Wir haben über 250 Unternehmen, die wir selber Alliierte nennen, die bei dem Thema mitmachen. Wir haben auf unserer Plattform aktuell 2000 Milliarden Euro und ich habe das extra so ausgeschrieben, weil Billionen, Milliarde sich so ein bisschen im Englischen und Deutschen beißt. Es sind wirklich 2000 deutsche Milliarden, die heute schon an Liquidität auf unserer Plattform sind und die für Kunden und Lieferanten im Zugriff stehen und zwar kollaborativ. Wir haben Investoren links, wir haben Happy Clients rechts, die auch Awards gewinnen und eben nicht nur im Finanzbereich, Treasury, sondern auch im Einkaufsbereich, weil halt das Thema Kollaboration relativ wichtig ist. Sie sehen einen Auszug der 250 Logos in Europa, vielleicht ein oder zwei rausgenommen, ist halt eine Philips, eine Siemens, eine Mediamarkt, Saturn, die das schon mit ihren Lieferanten handhaben. Warum sollten Sie als Einkaufsverantwortlicher überhaupt über sowas nachdenken? Warum soll man so eine Möglichkeit schaffen für einen Lieferanten und warum gerade jetzt? Das ist ja immer so diese klassische Frage. Zum einen, und da haben wir noch den Bezug zu Finanzen, ist natürlich Ihre Procurement Scorecard, was EBITDA, Kosten, Working Capital angeht. Was jetzt durch Covid, was Sie hier rechts sehen, natürlich nochmal ein bisschen deutlicher wird, es geht halt weiterhin um Lieferfähigkeit, Lieferkettenrisiken, die man vielleicht managen oder reduzieren möchte. Man muss aus unserer Sicht mehr in Richtung Incentives denken an Lieferanten, also man kann nicht nur mit der harten Keule, sondern man muss halt auch Zuckerbrot liefern. Wenn man in Richtung Zahlungszielstandardisierung geht und die Akzeptanz erhöhen will, Kreditrisikotool ist ein Riesenthema, was jetzt kommt. Es gibt wohl so eine Euler-Hermes-Todesliste von Unternehmen, die einfach im Kreditrisiko demnächst rausfallen und somit dann die Lieferanten auf langen Zahlungszielen sitzen. Und letzter Punkt, auch sehr wichtig und gerade durch das deutsche Lieferkettengesetz, was diskutiert wird, ohne Incentives geht es aus unserer Sicht nicht, dass Lieferanten außerhalb auch von Europa bei ESG, das sind diese Environmental Social Governance Ziele, Nachhaltigkeit überhaupt investieren, mitmachen. Letzte Folie, um dann den Übergang zur Demo zu schaffen. Wie gesagt, die ist voll im Gebrauch. Wir haben ungefähr 100.000 Lieferanten aktuell, die das heute jetzt nutzen. Wir haben eine Plattform, dort geht es darum, dass einer, der Geld hat, oftmals der Kunde, oftmals einer aus den zivilisierten oder den entwickelten Ländern, dort seine Accounts Payables hochlädt, seine Eingangsrechnung, seine geprüften und dann der Lieferant eben über unsere Plattform sowohl den Status dieser Rechnung sieht, aber dann halt auch eine frühere Zahlung anfragen kann. Und wie das dann aussieht, aus einer Lieferantensicht, habe ich als Demo vorbereitet. Das Spannende an dieser Demo ist, dass das die Live-Lösung ist. Also das ist jetzt nicht irgendeine Idee, die wir haben, sondern so läuft die. So wird die, wie gesagt, 100.000-fach genutzt am Tag bei uns. Ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgenommen. Wir machen, Sie sehen jetzt als Lieferant von Philips mal auf die Plattform. Dort unten ist ein Schreiben vom Chief Procurement Officer oder der Dame eben, damit man auch als Lieferant erkennt, dass es echt ist. Man kann jetzt diesen Account aktivieren. Wichtig auch für uns halt zwei Klicks zu Geld. Das ist eigentlich die Idee. Das heißt, Sie aktivieren diesen Account und dann landen Sie auf einem kostenlosen Account aus Lieferantensicht und sehen Folgendes. Was sehen Sie dort? Sie sehen, dass Sie 83.000 Euro 51 Tage früher bezahlt kriegen können von Philips. Sie müssen letztendlich jetzt nur noch ein Angebot eingeben, also nachträglichen Discount. Allerdings ist noch keins davon jetzt angeschaltet. Das heißt, der Lieferant hat jederzeit die Flexibilität, überhaupt brauche ich das, brauche ich es nicht, an und aus. Beispiel wäre jetzt, und der Lieferant in dem Fall nennt sich Asian Pains, damit wir mal so ein bisschen in Asien sind und nicht immer nur bei den starken deutschen Unternehmen. Er möchte gerne, braucht aus irgendeinem Grund Liquidität in Euro, hat ein 1% Discount-Angebot gestellt. Das heißt, er bietet 1% nachträgliche Discounts, damit er diese Euros 51 Tage früher bekommt. Und wir sehen, dass das Angebot ausreicht, um 78% von diesen Außenständen bei Philips schon früher bezahlt zu bekommen. Er kann das wieder ausschalten, jederzeit, also ist immer wieder, kann selber entscheiden, brauche ich das. Er kann eben das gleiche auch in Dollar machen. Dort bietet er 1,2% Discounts, weil wir uns einen ein bisschen anderen Zinsraum bewegen. Und siehe da, die gesamten 40.000 Dollar würde jetzt er hier in diesem Beispiel 52 Tage früher bekommen. Zwei Klicks. Das ist unsere Lösung und das Ganze funktioniert halt nicht nur mit 40.000 Dollar, das funktioniert auch mit 40 Millionen Dollar oder mit 400 Millionen Dollar. Und solche Kunden-Lieferanten-Beziehungen haben wir. Und dann können Sie sich vorstellen, was das an zusätzlicher Liquidität bedeutet, in Lieferketten eben für Wachstum, Wohlstand und Innovation. Ein anderer interessanter Punkt noch, bevor ich eigentlich schon am Ende bin, weil man kann das natürlich jetzt stundenlang noch die Details und Features sich anschauen. Was unsere Lieferanten besonders interessant finden daran ist, dass es sehr flexibel ist. Das finden auch die Kunden gut. Es gibt aber gleichzeitig auch eben einen Digitalisierungseffekt. Sie können über die Plattform auf ihre freigegebenen Rechnungen von Philips drauf schauen. Das heißt, Sie haben eigentlich jeden 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Möglichkeit zu sehen, ist die Rechnung da, ist sie freigegeben, welche Credit Notes, wurde das verrechnet und so weiter. Sie können dann natürlich als Lieferant, wenn Sie wirklich das wollen, sehr granular auch auswählen, welche Rechnungen Sie vielleicht nicht früher haben wollen. Sie können sortieren, zum Beispiel die Langläufer, die brauchen Sie vielleicht jetzt noch nicht, weil es zu teuer wird und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich schon die Lösung. Sehr einfach, im Hintergrund ein bisschen komplexer, aber die Wirkung, sag ich mal, für die Wirtschaft oder auch für das, was noch vor uns steht, was eben das Thema Covid und so weiter angeht, nicht zu vernachlässigen. Die finanzielle Lieferkette ist mindestens genauso wichtig wie der Einkauf selbst. Nachdem die Ah bas heavily debido zu sein kann. Vielen Dank.